Was sollen wir jetzt machen? Lust zu spielen? Guck mal, was ich hab! Und Feuer! Falltreffer! Bro, du bist ein Champion! Lass uns Golf spielen! Ja, der Ball ist im Loch! Steve, fahr auf zu golfen! Wir müssen los! Sorry, Archie! Hey, wo gehst du hin? Verlass mich nicht! Wir hatten so viel Spaß zusammen! Du wirst sehen, ich werde einen neuen besten Freund bekommen! Willkommen im Freundschaftsladen! Hier kannst du den perfekten besten Freund für dich finden! Zum fairen Preis! Wir haben sogar einige im Angebot! Ein Athletenfreund! Hey, hey, hey! Lass uns trainieren gehen! Ich werde dich meinen Klassenkameraden vorstellen! Hi Mädels! Wow, du bist so gut in Form! Oh Mann, das war ja klar! Hey! Komm mal kurz her! Alex, Hilfe! Alex, du bist so cool! Komm und feiere mit uns! Ich ruf dich an! Oh, Archie! Du hast was verpasst! Die Mädchen mögen mich! Was ist denn mit dir passiert? Jungs, Zeit fürs Mittagessen! Guten Appetit! Du musst mehr essen, Alex! Du trainierst so viel! Und Archie, du solltest gesünder essen! Nimm den ganzen Salat! Oh, danke! Das schmeckt echt super! Wer bist du? Ein Discounter-Freund? Vielleicht wird es mit dir besser laufen! Ich bin Archie! Lass uns Freunde sein! Hi! Okay, lass uns zur Kasse gehen! Ich nehm den hier! Der Freund ist im Angebot! Gibt es eine Garantie? Wir gehen bitte ein! Ich glaub, ich brauch eine größere Tasche! Willkommen, mein neuer Freund! Fühl dich wie zu Hause! Hi! Wo ist die? Oh, eine Wand! Vorsichtig! Ich muss da lang! Hm, what? Hey, was machst du da? Hä? Ich hab mir einen Burger gemacht! Hm! Er ist so lecker! Und saftig! Hä? Was für ein Spinner! Ich hab so einen Durst! Das ist mein neuer bester Freund! Er ist... Ein bisschen merkwürdig! Oh, das stimmt nicht mit ihm! Was soll's! Mach dir keine Gedanken! Er muss nur aufgeladen werden! Leute! Was hab ich verpasst? Oh, du bist so schön! Darf ich dich küssen? Äh, hallo? Schön! Ich muss einen Pfirsich holen! Nein! Fass den Kühlschrank nicht an, Archie! Pfoten weg! Mein Engel! Hm! Das ist der traurigste Teil des Films! Oh Mann, das ist so witzig! Alle werden sterben! Archie, sieh mal! Ist das eine Komödie? Guten Morgen! Brauchst du Zucker? Ja, offensichtlich! Das reicht! Was? Jetzt drei Löffel Wasser! Die perfekte Mischung! Hey, wo sind meine Hemden? Warum sind hier Gabeln drin? Die Mikrowelle sagt, das Hemd ist trocken! Super! Sorry, dieser Freund ist nicht der Richtige für mich! Zu viel Pannen! Dann müssen wir den Preis noch niedriger ansetzen! Ein hyperaktiver Freund! Hey! Lass uns rund um die Uhr feiern! Bist du bereit? Ich bin bereit, Archie! Lass uns spielen! Ich zeig dir, wie's geht! Sieh mal! Ich kann spielen ohne zu gucken! Ja, das reicht! Ich bin müde! Was? Es ist langweilig, allein zu spielen! Hey, Archie! Warte! Was für ein steiler Abstieg! Beine! Lass mich jetzt nicht im Stich! Oh, Archie! Komm her! Willst du mitmachen? Das wird ein Spaß! Willst du Rattewehr spielen? Äh, äh! Zieh eine Karte! Komm! Zieh eine! Ich zieh eine für dich! Bin ich ein Mensch? Ja? Komm schon! Rate! Archie! Das macht so viel Spaß! Ich bin ein super Freund! Hey! Hat dir das Buch gefallen? Hast du es überhaupt gelesen? Wollen wir... Füspi spielen? Lass uns spielen! Party! Puh! Ich kann nicht mehr! Was? Es ist ruhig! Endlich! Gut! Ich sollte wohl meinen besten Freund aufladen! Archie! Nein! Ich lass ihn lieber aus! Gute Nacht! Hey! Wie wär's mit einer Gute-Nacht-Geschichte? Pferdzu! Sei ruhig! Ich will schlafen! Hey, mein Buch! Puh! Es ist endlich ruhig! Kapitel 2 Entschuldigung! Ich muss diesen Freund zurückgeben! Er ist zu aktiv! Ein Gentleman-Freund! Guten Tag, Sir! Erlaube mir, dies zu korrigieren! Sollen wir die Bibliothek besuchen? Hm, Mittagspause! Sieht das lecker aus! Halt! Was denn? Wähle dein Utensil, um dein Sandwich zu essen, Mr. Archie! Nein, nicht das! Und auch nicht das! Bist du blind? Es reicht, Gentleman! Ich will essen! Gut! Du darfst mit den Händen essen! Hm! Mayonnaise! Lecker! Du hast dein letztes Detail vergessen, Archie! Du musst den kleinen Finger spreizen! Mal sehen, was er in seinem Kleiderschrank hat! Das ist nicht gut! Das auch nicht! Oh nein! Schreckliche bürgerliche Klamotten! Die müssen alle verschwinden! So ist es besser! Hey, wo sind denn meine ganzen Sachen? Nur noch ein Hemd und eine Krawatte! Yes, so sollte sich ein echter Gentleman kleiden! Ma'am! Du bist so ein faszinierendes Mädchen! Du hast bestimmt königliches Blut in dir! Oh! Du bist aber süß! Mom! Hör auf damit! Los, komm! Wir gehen! Mom, wie konntest du nur? Das war mein bester Freund! Oh! Dieser Freund ist so ein Snob! Ich will einen normalen besten Freund! Wo kann ich einen Freund wie Steve finden? Archie! Meine Freundin hat mich gerade verlassen! Ich bin wieder allein! Das bin ich auch! Wir können wieder zusammen was unternehmen! Bei der Erstellung dieses Videos wurden keine besten Freunde verletzt! Wie fandet ihr unseren Freundschaftsladen? Schreibt uns, welchen besten Freund ihr kaufen würdet! Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren! Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst! Wir freuen uns! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.